Hallo, ich bin der Mario Großmeister. Ich zeige euch heute von Nintendo Touch and Play. Das ist ein neues Feature. Das kann man sich im Nintendo eShop runterladen auf dem Wii U. Und da ist mit den Amiibo Figuren. Da stellt man dann die Amiibo Figuren drauf und schaltet dann ein Spiel praktisch frei. Und das kann man dann drei Minuten spielen. Und wenn man die Skur nochmal drauf stellt, kann man noch andere Szenen aus dem Spiel spielen. Und jetzt zeigen wir euch mal ein paar Spiele, was da so vorbekommen kann, dass ihr mal einen guten Eindruck bekommt. Und jetzt geht es auch schon los. Jetzt muss ich ein bisschen die Knöpfe ausprobieren, wie die funktionieren, wie die Spinnen. Das klappt noch nicht am Anfang so gut. Ich glaube nicht, ob ich die spiele, aber ich habe noch nicht so gespielt. Ein oder zwei Mal, aber ich bin da noch nicht so gut drin. Ich habe mir auch noch ein bisschen geschnitten, dass es ein bisschen spannender für euch wird. Hier kommt ein Zwischenbosskampf. So down. Jetzt sind wir ein Stück weiter im Level. Jetzt hat er mich erwischt. Jetzt habe ich die Fähigkeiten. Jetzt bin ich down gewesen. Jetzt beginnen wir mit dem zweiten Spiel. Super Mario. Das habe ich früher ganz sehr sehr oft gespielt. Die Szene 1 spielen wir. Wir spielen eigentlich fast immer die Szene 1. Und bei Mario spielen wir dann gleich noch für euch die Szene 2. Jetzt hat es mich erwischt. Jetzt bin noch ein bisschen weiter hinten. Wenn man es einen guten Eindruck bekommt. Die Spiele kann man immer wieder spielen, wenn man die Figur wieder drauf stellt. Das ist ein paar kleine Demos zu den verschiedenen Spielen. Jetzt sind wir an Level 2. Jetzt sehen wir, dass man die Figur wieder drauf stellt und dann das Spiel aktiviert. So. Jetzt haben wir die Szene 2 gespielt. Da war es wieder etwas besser. Jetzt machen wir das besser. Jetzt haben wir die Szene 2. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 6. 6. 6. 7. 5. 6. 7. 5. 6. 7. 7. 9. 7. 10. 8. 11. 11. So, jetzt haben wir die nächste Rigor. Jetzt kommt Legend of Zelda, der erste Teil, spielen wir jetzt. Jetzt holen wir uns das Shred. Gucken wir mal, dass wir noch in den ersten Dungeon kommen. Legen wir hier die Fiescher. Gehen wir weiter. Jetzt gehen wir da weiter hoch. Gehen wir weiter hoch. So, und da gehen wir jetzt über die Brücke dann gleich. Da haben sie mich mal erwischt, die Gegner. So, jetzt sind wir im ersten Dungeon drin. Jetzt sieht man hier die Flettermussel. Hier sind die Skelette, die besiegen wir jetzt auch. Wir brauchen aber zwei Treffer. Das ist so ein Spiel, wo ich eigentlich sehr, sehr, sehr oft gespielt habe früher. Und heute tue ich es auch noch. da gibt's auch der Skelette. Da gibt's da auch der Skelette. haben wir einen Kiegel gekriegt noch mal Fledermäuse jetzt geht die Zeit wieder um jetzt kommt das nächste Game Super Mario Bros 3 das habe ich eigentlich auch ziemlich oft gespielt das Spiel da ist ein Pilz drin einmal gegrillt das war ein Lehmertod Piranha Pflanzen und der Cooper hat mich gekriegt so nächstes Spiel das habe ich auch nicht so oft gespielt das ist das nächste Spiel jetzt legen wir los das Spiel habe ich überhaupt noch nicht gespielt der ist hier gerade zum ersten Mal und das ist das ist das ist das ist das so jetzt spielen wir mit das ist spielen das ist das ist das ist das ist das ist das ist Jetzt kommt das nächste Spiel. Zelda 2 kommt, ja das spielen wir jetzt. Das ist auch Bruchschwertes Spiel. Das Spiel ist mit Level System, also wenn man genug Gegner killt, denn die zählen da oben ganz rechts die Punkte, zählen da noch. Und wenn man dann bei Gegner gekillt hat, dann kriegt man Level ab. So kann man sich entscheiden, ob man die Magie oder die Herzen oder den Angriff erhöhen will. Kann ich dann immer eins aussuchen. Aber das war noch ganz interessant. So, jetzt kommt das nächste Spiel. Jetzt spielen wir das allererste Donkey Kong, wo das erste Mal der Mario drin vorkam. wo noch Jumpman hieß. So. 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 Das ist schon interessant hier, die Technik hochzuspringen lernen und so. Und dann haben sie mich gekillt. Jetzt kommt das nächste Game. Das ist eigentlich auch ziemlich interessant, das Spiel. Das Spiel ist auch zum Aspen-Nine. Alles auch interessant, muss mal gucken, dass man die Gegner, solche Ballons treibt, dass die dann abstürzen. Und dann kriegt man die Punkte auf, mal aufpassen, die Wolke, wenn man nämlich geplatzt wird, dann fällt man glaube ich runter, muss man dann aufpassen. Ja, das war's schon, jetzt zeigen wir euch noch meine Figuren, die ich alle habe. Und dann könnt ihr mir mal in den Kommentaren schreiben, welcher Spiel euer liebstes Spiel ist, wenn ihr eins habt, würde mich mal interessieren. Abonniert meinen Kanal, wenn euch meine Videos gefallen, es kommen immer neue und dann bedanke ich mich, ganz herzlich zum Zusehen, euer Emma, Großmeister.